Backstage gelten die Scooter-Gesetze. Das heißt Mörderanlage, Lauchstärke, Räucherstäbchen, Wodka, Red Bull und los geht's. Wenn der HP Barzwang ausruft, dann müssen halt alle mitkommen. Das ist halt die Jugend von heute, die können das nicht mehr so ab. Wenn die Show gut verlief, feiern. Wenn sie scheiße war, erst recht feiern.